wir spawnen bei blau oder das ist irgendwie so geil die map kennen wir noch aus der beta damals dann wollen wir mal gucken also wir kriegen special punkte wenn wir ihn jetzt noch mal platt machen und sieht lustig aus auf jeden fall ja das ist sehr geil das letzte mal schon gespielt es ist nicht lastig aber man muss dann herausfinden wer der killer ist wer ist der leitende teamführer der opfert sich ich bin das du bist du bist auf einer land sagte man muss lang geht nein warum nicht mach mal schauen wo ich mich hier dreckig machen kann ich glaube ich glaube du musst immer drei meter vorgehen dann geht es nein ich gucke nach oben und du rennst du brennst schon ja du kommst an der seite an die menschliche facke ist also gunther verfolgt erst mal kicken romeo ich bin bei dir machst du das radisi ist dran ich halte ausschau sehr gut eine teilung und granate ok feinde kommen eine habe sich hingekriegt was denn versuchten an zu ballern aber es ist doch anders ding ist ja egal wo denn ich sehe die aber auch schlecht hier das ist alles nur kanonenfutter das wahre böse kommt erst noch wo ist deine bräde weiß ich nicht schön auch noch nicht ja das ding ist gleich rum dann wird gesprengt der wo ist er seht ihr ihn und markert ihn du musst mit links und rechts auswählen und rechts drücken und da siehst du unten rechts gehe ich gehe rein damit sie verstehen was wir wollen charlie ich glaube ich glaube am messern ist am effektivsten wenn der dreiein gekommen ist der so auf dem dach was der predator ja ich höre rum und ich höre stampfen ne also zumindest boah 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 was bin tot rettet mich granate geht hoch rettet mich ballert ihn ab bei mir er ballert er ist genau bei mir sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ich bin gleich weg letzte sekunde alter lass das ist ein stress hallo das geht raus was ist das hier werden wir hier in medie pack hingelegt das ist aber nett vielen dank verfolgt ihr ihn nicht oder ne hast du ihn oder was ne aber ich versuche eigentlich gerade seinen spuren zu folgen ok hat er Spuren links links da wo du hin rennst aber mach's nicht alleine grün jetzt hat er sich geheimnischt na dann renn doch nicht so weit weg renn nicht weg da hinten ist er irgendwo ich bin dafür dass wir die mission weiter fortführen oder ja ja wo ist sie eigentlich wie gehst du weiter da hinten ach da hinten ja dann machen wir das mal warte mal er müsste ja von da so kommen hier ist seine Spur auf jeden Fall ich komme nach hinten irgendwo ist Töte da links aber wir können uns auch verpissen es blutet also kann ich sterben ja alter hat er mich von hinten einfach eingeschnetzelt der hat genau gewartet was ist denn das scheiße das kann der Predator aber nicht oder ich glaub's nicht ne das waren die Dudes die da waren hey dudes er ist wieder hier er ist hier er ist hinter mir er kommt er kommt er ist beim Schwein ich seh ihn ich seh ihn nicht er ist auf dem Baum er ist auf dem Baum ich seh ihn nicht er ist bei mir er ist hinter mir her ich seh nur Gusha Gusha ja irgendwo bei Gusha war er gerade was ist hier los lasst uns mal in Frieden hier jetzt wir haben besser alle hochheilen 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 er ist bei mir was machst du warum haust du ab wirf Granaten er haut ab er haut ab du hast es heil uns ne er ist bei dir er ist hinter dir links rechts ich kann nicht mehr Messer an warum nicht ich hab kein Messer mehr geht es ne doch keine Ahnung scheiße ich kann das nicht überstehen ich hab doch Granaten gespillt auf dem Boden na verdammt schaals lebt noch irgendjemand ne und alle tot fuck ey ja hallo aber er war auch ganz schön verletzt wie ihr seht ja ja das war echt das hat der Rambo Predator gespielt ey ohne Scheiß der hatte Glück der hatte Glück zum Schluss hatte der echt Glück wieso naja der wäre zwei drei Granaten dann wäre er hinüber gewesen ach ärgerlich bei mir geht es nicht so einfach ja es geht bei keinem hier einfach ich finde die Steuerung ist auch sehr indirekt aber das macht es ja eben auch aus natürlich ihr spielt doch ständig sowas mit so einem Geballer Baller ruhig aber trotzdem ist die Steuerung finde ich hier wesentlich indirekter als bei anderen Spielen ist wirklich sehr schwer was müssen wir machen äh GPS oder seltene Tisch finden und Transport sichern ist einer von euch östlicher Fluss echt ich war das rosa nur da hab ich genommen ok ich hatte ich hatte keine Zeit aber ok Radisi gibt an was wir machen ist gut ich bin so ein Angeber ich glaube ich glaube Gusha ist Server wow geil weil du äh die Ping von Null hattest deswegen vermute ich mal dass alles über deine Playstation läuft hä wieso sieht mein Charakter jetzt doch nicht so aus wie ich ihn ausgestattet hab keine Ahnung wer bist denn du die Tussi mit dem Baseball Cap so wo landen wir denn wie sieht denn der aus das ist ein das ist ein Predator jagen Predator Predatus der andere jagt wird selbst bei mir der eine haut doch schon wieder ab ist der Gusha wahrscheinlich ja ich bin der Gusha ich bin der Gusha ich bin der Gusha ich bin der Gusha kann man nachher auch noch mal spielen wenn man eine schöne Runde voll geil ist hat es der Gusha überhaupt er hatst du das letzte Mal runtergeladen ja hab ich hast du schon mal gespielt noch nicht nein das ist saugeil voll geil richtig geiles Spiel ich bin direkt hinter Gusha ich glaub du bist bei dem anderen No Name ich bin bei dem anderen Typisch so runter hier drauf ich lage schnacken Kopf in den Nacken was müssen wir machen Holzlager ich höre stampfen glaube ich ja oben auf dem Ding drauf hab ich es auch gesagt doch oben ist er wo oben da wo ist Franz schieß auf ihn hat ihn markiert und angeschossen er ist weg nein hier ist er steht noch da er schießt auf dich ja ne er ist oben er ist oben drauf er ist da er ist da er ist hinter dir da da ist er er ist abgehauen er ist abgehauen das lohnt das lohnt sich nicht hinterher zu gehen das lohnt sich noch nicht ok Missionen machen ist glaube ich sinnvoller ja ich hab hier irgendwas gemacht aber denk dran der Predator ist hinter hinter Gusha nein ich hab hier gerade irgendwas gesehen irgendwas rot leuchtendes ich glaub das waren alle ja ich glaub der wird sich heilen erstmal mhm was müssen wir überhaupt machen was wollen sie denn er ist wieder da er ist wieder da hab ihn gesehen hier war er er ist oben auf dem Gebäude drauf bei Radisi Radisi du wirst ihn gleich oben sehen komm rein genau ich hab ihn da da oben da oben ist er ich hab ihn gesehen auf Dach auf Blau Dach ich will dich auch oh er hat ihn getroffen auf jeden Fall ich hab Lust gesehen bei ihm er schießt vom Dach oben runter ich bin jetzt auch oben auf dem Dach ich bin jetzt auch oben auf dem Dach da oben ist er Aua ich bin nicht ganz hoch dieses Problem ist ganz hoch ne der ganz hoch kommst du nicht verballert das Bild auf mich da hier da boah er trifft mich halt bist du da ne ne ich bin ja nicht dauernd aber ich versuche mal ich klicke auf den Deckel warte mal hier so weiter raus lass mich nicht drängen wenn ihr irgendwo Heilung seht er hat sich geheilt er hat sich geheilt er ist oben noch auf dem Dach er ist noch oben drauf ich hab ihn gehört und gesehen er ist da noch der wird wahrscheinlich gleich wieder runter lupen da ist er Achtung da vorne ist den markiert ja ich sehe auch was ist eigentlich unser Ziel keine Ahnung ihn zu töten der Ficker der kriegt es auch alle aufs Dach hoch der geht ja ja wir müssen aufs Dach klotzen wir müssen die Strahlen kreuzen ich komme jetzt mal zu euch ja ja einfach aufs Dach hochklotzen irgendwo ist er äh und die anderen heilen auf jeden Fall ich hab keine Heilung mehr der rennt rum ey ich treffe ihn halt nicht der hält uns auf wir haben ja nur brennt Zeit glaube ich für die Mission auch ja ja stimmt da ist er oh er hat mich getroffen heil dich kann das nicht heilen eigentlich der Typ ich renne jetzt nach dem nächsten Ziel ja ich auch wo ist denn der der ist oben auf dem Dach Alter oben da oben ich rede scheiße wenn irgendwer Heilung sieht ich brauche unbedingt ich bin gleich tot Radice ich bin direkt hinter dir er ballert auf uns gut es könnte auch gleich sein dass er hinter uns her rennt brauchst du jetzt dringend Heilung dass ich nicht mehr auf dem Dach ja wenn du hast ja gerne wie mache ich das ich weiß nicht wie es geht die Kiste sollte in der Nähe da sind wir auf blau Dach ja ja wir machen ah er schießt oder hackt töte 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 Hilfe wir müssen Gusha helfen ich gehe zurück ja ne ich dachte ich gehe zurück oh fuck er ist bei uns er ist bei uns Radice halt ihn auf mach was ich gehe zu Gusha ok Gusha Sir Lanzelot hilft dir er ist oh was ist denn hier los das kann doch nicht sein er spielt doch voll Kacke warum tötet der uns Gusha wird dir geholfen ja achten jetzt das ist wie der Muni Radice ich bin wieder bei dir wenn du Heilung siehst sag mal Bescheid ich brauche unbedingt Heilung mach ich ich gehe da jetzt rein ich habe die Schlüssel hab ich geheilt wir haben den gerade vorgeschickt ich brauche unbedingt ne Heilung oh mein ich diese Kiste verteidigen wenn irgendwer ein heilpackage hat er verschießt links hier aber irgendwo ist der predator ich glaube der schießt wieder auf gusha ich bin nicht auf mich bin im haus land zu noch kriegt auf den deckel unbedingt heilung da habe ich nicht kannst du überhaupt da kommt einer rechts neben der reise ich bin gleich tot also wenn ihr wirklich mal ein baller bin ich hinüber das tötet weiß nicht was das heißt das sind normale gegner ja markier mal und heilung gibt es dann markier mal für mich habe ich schon ok komme radice ich bin weg von dir ich muss unbedingt hier das zeug holen scheiße ich muss diesen nein ich bin auch weg ich muss diesen typ umbringen der macht nämlich alarm schaffst du die heilung gesehen uns ich habe auch noch drauf geholzt ich muss wieder weg hier alleine habe ich können wo ist die heilung hier gewesen da war die kiste habe ich markiert gehabt und wenn du da ok da der munitions chritte da gibt es da auch heilung Okay, dann habe ich die... Dann war das das. Okay, wir müssen Guscha wieder beleben. Das ist das Treppchen nicht. Scheiße, er ist links oben. Komm jetzt. Ich habe auch keine Heilung mehr. Ich habe sie aus Versehen benutzt. Oh, ist es da? Okay, haben sie. Guscha, wie lange dauert es noch, bis wir dich holen können? Wo kann ich das sehen? Steht das nicht bei dir oben irgendwie? Wir müssen verschwinden. Verstärkungsmission in 30 Sekunden. Ja, du musst drei. Er ist hier irgendwo bei mir. Ja, ich weiß. Du musst Dreieck drücken oder irgend sowas dafür. Ich kann mich nicht markieren. Ich weiß nicht, wie es geht. Er ist bei mir. Nach oben drücken. Hab ich, das ging nicht. Hier irgendwo. Das geht nicht. Das Digi-Pack nach oben. Hab ich. Wir müssen Guscha. Ich befreie Guscha. Ich drücke Dreieck. Renn nicht so viel weh drum. Ich kann dich nicht beschützen. Team Alarmirien. Ich rette Guscha. Er ist hier. Er ist hier. Oh, er ist vor dir. Komm her. Radisi, komm her. Der will den Punkt beschützen. Der rechts röner. Er schießt. Radisi. Wo bist du? Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Achtung, er explodiert. Er explodiert. Ich weiß nicht, was ich mache. Renn weg, renn weg. Ich muss auch weg. Mach's weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich schaff's nicht mehr. Alter. Alle tot. Ah, scheiße, Leute. Alter. So eine Kacke. Man kann das irgendwie entschärfen, was er da macht. Aber ich muss irgendeinen Code auswählen. Ich hab keine Ahnung. Aus Panik hab ich alles gedrückt. Und jetzt sind wir alle tot. Ich glaub, ich muss das falsche gedrückt. Was muss ich denn da drücken? Usha, hast du das gesehen, was da bei mir kam? Ja, ich hab das auch schon mal gehabt. Mir ging's genauso wie du. Da kommen diese Striche da vom Predator. Ja, aber muss ich vielleicht dasselbe Symbol? Und dann muss ich irgendwas drücken? Ich hab keine Ahnung. Es ging klar. Müssen wir YouTube fragen. Alter Latz. Zusammenfassung. Aber wir haben wenigstens besiegt. Aber Radisi hat die zweitmeisten Punkte. Nein, hab ich nicht. Doch, gucke doch mal hinten. EP. Da bin ich beim Predator. Nee, aber EP. Ja. Weil ich Double EP hab oder so. Das haben wir alle. Es geht darum, weil du auch Missionsziele gemacht hast. Es wird hier alles bewertet. Missionsziele, Tötungsziele und so weiter und so fort. Legst du runter?